Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Schnappi entscheidet heute mein ganzes Make-up. Schauen wir mal, welche Farbe meine Foundation bekommt. Oh mein Gott! Ah! Pink! Fängt ja schon mal perfekt an. Als nächstes Concealer. Braun! Okay, vielleicht können wir es ja noch retten. Jetzt die Augenbrauen. Rot. Ich glaube, wir können es doch nicht mehr retten. Blush. Lila. Schnappi ist echt gemein. Wir brauchen noch Lidschatten. Giftgrün. Fehlen nur noch die Lippen. Pink. Toll. Wer, jemand von euch macht Screenshots. Sollen wir nochmal?